Willkommen zurück, liebe Leute, zu Mario Kart 8 Deluxe. Ich darf endlich mal wieder an meiner Switch spielen. Oh, shit. Wobei ich mich da gar nicht beschweren kann, denn ich hab gestern... Weiß ich nicht, gestern hab ich irgendwie 6 Stunden Puyo Puyo Tetris gespielt. Ich war ein bisschen im Suchtmodus. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch noch einmal wärmstens Puyo Puyo Tetris ans Herz legen, denn... Es macht Spaß! Gerade online. Es ist ziemlich cool. Und ich kann euch sagen, es ist nicht so unwahrscheinlich, mich dort online zu treffen und gegen mich zu spielen. Wow, gegen Puyo, das wollte ich schon immer mal. Ich wollte immer mal Puyo Tetris abziehen. Wenn du es kannst. Wenn du es kannst, Kumpel. Aber gut, das soll auch nicht unbedingt das große Thema des heutigen Partes sein, sondern wir machen ein... Was geht ab, Part? Bedeutet, ich erzähl euch, was bei mir abgeht. Ihr sagt danach, ich hasse dich. Oder ihr sagt, was bei euch abgeht. Das würde mich natürlich auch super interessieren. Unglaublich sogar. Und ich kann mich direkt auch noch einmal beschweren, denn... Mario Kart 8 Deluxe zeigt mir eines relativ deutlich. Die Anfangsschwierigkeiten, die Mario Kart 8 hatte, sind hier auch wieder relativ deutlich vorhanden. Und damit meine ich der Online-Modus, Verbindungsabbrüche, kommen doch recht, 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 recht zuverlässig und genau in den Mengen vor wie damals gefühlt. Und das sind also jetzt diese neuen, ab demnächst müssen wir dafür Geld bezahlen-Server, ja? Sind die das schon? Weil wenn ja, dann... Hm, ob das nun unbedingt gerechtfertigt ist? Also, so viele Leute können das Spiel aktuell noch nicht spielen. Es sind zwar jetzt mittlerweile schon mehr, aber wir haben noch nicht Releasetag. Der ganz große... Der ganz große Run auf das Game kommt halt noch. Und der ist erst morgen. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das wird. Aber ja, da möchte ich mich jetzt auch erstmal noch nicht zu sehr beklagen, weil... Reicht, wenn ich da morgen, ne? Drüber rage. Das reicht. Das kriegen wir schon hin. So, jetzt ist das eigentliche Thema. Ich... Mache natürlich wieder Werbung in eigener Sache. Aber das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Denn das könnte euch was bringen. Deswegen erstmal kurz dranbleiben. Denn ich... 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 Ich sag mal so. Stichwort. Giveaway. Giveaway? Was? Was? Giveaway! Ja, genau. Ganz genau. Lockerbleiben. Lockerbleiben. Es gibt eventuell was. Und zwar gibt es morgen am 28. April. Das ist ein Freitag. Ah, das wusste ich. Ja, gut. Gut. Gut, dass du es wusstest. Ähm, das ist ein Freitag. Da gibt es einen 12-stündigen Live-Stream. In dem wir Mario Kart 8 spielen. Unter anderem den Battle-Modus. Turniere. Und so weiter. Und so fort. Da könnt ihr natürlich mitmachen. So, jetzt wird es aber ein, zwei traurige Menschen geben. Die sagen... Hallo. Ich habe aber keinen Mario Kart 8 Deluxe. Ich kann gar nicht mit spielen. Das werde ich morgen nicht ändern können. Das kann ich schon mal sagen. Aber vielleicht kann ich das ein paar Tage später ändern. Denn morgen werden wir zweimal Mario Kart 8 Deluxe samt Joy-Con-Lenkrad verlosen. Da, Dankeschön an Nintendo. Die habe ich nämlich angefragt, ob die was sponsern können für den 12-stündigen Stream. Und ja, nette Menschen. Muss man einfach so sagen. Absolut nette Menschen. Und sie machen es. Deswegen, weil es die Bedingungen zum Teilnehmen. Ihr müsst morgen über einen Switch-Account verfügen. Mit einer E-Mail-Adresse, die bereits bestätigt ist. Denn ansonsten könnt ihr in meinem Chat nicht schreiben, weil ich das so eingestellt habe. Aus Gründen. Die euch vielleicht nicht direkt einleuchten. Aber wenn ich sie erklären würde, was ich jetzt nicht tun werde. Dann doch. Okay. Ähm. Das ist so das Ding. Das gibt es morgen zu gewinnen. Wir starten morgen um 12 Uhr. Die Ausschüttungen sind random. Also die werden irgendwann passieren. Das bedeutet also, mehr oder weniger müsst ihr auch anwesend sein, um eine Chance zu haben, zu gewinnen. Das ist natürlich eklig, Wollo. Das ist ja richtig eklig. So geht es dir nur. Nur um die Klicks, oder? Es geht doch nur um die Klicks. Guck mal ehrlich jetzt. Naja, ich sag mal so. Nicht wie... Ja. Lass mich in Ruhe. Okay. Weißt du was? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich mach mein Ding. Du machst dein Ding. Und wenn ich ein paar Klicks kriege, dann gehe ich das überhaupt nichts an. Okay? Okay. Ja, das ist erstmal das. Also, das machen wir. Und ansonsten die Zukunft von Mario Kart 8 Deluxe. Heute sind wir nochmal unter dem Embargo unterwegs. Bedeutet, der Part kann maximal 15 Minuten gehen. Ist aber nicht ganz das Problem, denn ab übermorgen ist das ja schon... Also, ab morgen ist das ja vorbei. Und dann gehen die Parts auch länger oder noch kürzer. Wer weiß es schon. Und dann möchte ich auch eigentlich ganz gerne ein bisschen mit anderen Leuten Mario Kart 8 aufnehmen. Ein bisschen das Problem an der Sache ist, viele, die ich so kenne, haben aktuell noch keine Switch. Und da kaufen sich das Spiel nicht. Also, absurd, oder? Jemand, der eine Switch hat und sich Mario Kart 8 Deluxe nicht kauft? Ist da noch jemand unter euch dabei, der so weird ist? Also, ich finde es halt echt... Ich finde es halt wirklich merkwürdig. Das ist so... Es kommt jetzt nicht so viel für die Switch raus. Also, von daher allein schon... Finde ich halt... Ist das ein Grund, zu sagen... Ja gut, okay. Kaufe ich mir jetzt, weil... Was soll ich mir sonst kaufen, wenn ich mir das nicht kaufe? Ist ja einfach so. Puyo Puyo Tetris könnte man sich kaufen. Aber wenn man sich das dann auch nicht kauft, dann wird es verrückt. Ich bleibe dabei. Dann wird es absolut verrückt. Außerdem könnt ihr dann ja Freitag gar nicht mitspielen, wenn ihr es euch nicht kauft. Deswegen solltet ihr eventuell darüber nachdenken, dass ihr es kaufen wollt. Aber auf der anderen Seite könnt ihr jetzt natürlich auch denken, aber ich kann es ja vielleicht gewinnen. Da ist ein Punkt. Was weiß ich denn? Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Ansonsten geht bei mir... Das ist einfach die gleiche, der wieder reingekommen ist. Kann das sein? Ansonsten geht bei mir aktuell nicht allzu viel ab. Ich bin momentan wieder krank. Meine chronische Krankheit macht mir ein bisschen... Macht mir ein bisschen Struggle. Das ist auch mit der Grund, warum aktuell Streamtechnisch ein bisschen weniger kommt. Das ist auch aktuell der Grund, warum teilweise die Projekte nur zweitägig kommen, anstatt täglich, wie sie eigentlich kommen sollen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir das tägliche und hier und da dann mal zweitägliche weiterhin hinbekommen. Also das ist mir schon wichtig. Auf jeden Fall. Ich will nicht in den alten Schludermodus gehen. Diesen Kanal. Tatsächlich. Der soll nicht mehr zurückkommen. Das ist auch der Grund, warum ich hier gerade sitze. Und trotz Magenprobleme mache ich kein Achtaufnehmer. Ist ja Bescheid. Damit wir nicht in den Schludermodus kommen. Der Mann tut so viel für uns. Absolut. Jetzt tu mal was für mich. Du weißt Bescheid. Ähm. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Irgendwas hatte ich gerade auf dem Herzen. Irgendwas ist mir gerade eingefallen. Ich mir so dachte... Ah ja, genau. Und schon ist es weg. Oder war es toll, dass ich mir dachte... Ich muss noch ein Kolob aufnehmen. Entschuldigung. Oh mein Gott. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich's. Yooka-Lay-Li. Yooka-Lay-Li. Was machen wir mit Yooka-Lay-Li? Wusstet ihr, dass ich Yooka-Lay-Li gar nicht mal für so ein gutes Spiel halte? Das ist halt leider... Leider so eine Sache. Mittlerweile. Wo ich sage... Ah, Yooka-Lay-Li. Kein sonderlich gutes Spiel. Plus... Plus die Tatsache, dass die Leute mich in den Kommentaren eher flamen. Weil ich das Spiel halt nicht gut finde. So dieses übliche... Übliche vor allen Dingen. Das übliche... Du findest es ja nur scheiße, weil du schlecht bist. Weil du so kacke spielst. Aber das ist so eine... Das ist so eine Kindergarten-Aussage. Ich sag euch was. Wenn ihr jemanden anmachen wollt, ne? Weil ihr euer... Ein Spiel, das ihr gut findet. Nicht gut findet. Und dann irgendwas dazu sagt. Und ihr kommt dann... Mit der Aussage... Du findest es nur kacke, weil du schlecht bist. Dann nehmt euch die andere Person... Nicht ernst. Absolut. Kein Stück. Null. Null. Und das... Das geht nicht nur für mich. Das geht auch für alle anderen normalen Menschen. Vielleicht funktioniert das bei dir in der vierten Klasse noch. Dass er dann sagt... Aber... In Wahrheit... Nein. Nein. Mit dem Argument... Das zieht nicht. Das zieht einfach nicht. Wenn dir jemand sagt, aus den und den Gründen... Fällt das Spiel nicht gut. Weil... Zum Beispiel die Charaktere für ihn überhaupt gar keinen Charme haben. Die Aufgaben allesamt mehr oder weniger langweilig sind. Die Welten auch irgendwie... Einfach sich langweilig anfühlen. Und dann kommst du mit dem Argument... Du findest das nur doof, weil du schlecht spielst. Nein. Nein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ich find das Spiel ja auch nicht scheiße. Und das, obwohl ich kacke in Mario Kart 8 bin. Deswegen... Ich find's trotzdem nicht scheiße. Wie erklärst du dir das? Halt doch die Fresse! Diabo! Mach doch. Mach doch. Mir doch egal. Als ob mich das juckt. Ihr glaubt doch nicht... Ihr glaubt doch nicht, dass mich sowas noch juckt, oder? Glaubt ihr das? Wenn ihr das glaubt, nein. Ähm... Was gibt's denn... Ja, sonst... Es gibt auch nicht viel. Es ist einfach... Es ist einfach auch nicht viel los. Wie gesagt, doch teilweise bedingt durch... Durchs Kranksein und... Ja. So aktuelle Spiele-Releases. Darüber kann ich mich gar nicht mal beklagen. Spiel-Release mäßig. Mh... Kommt ja einiges raus. Ich mach jetzt hier mit Mario Kart 8. Und mit... Puyo Puyo Tetris. Zu dem wir übrigens kein Let's Play oder so machen. Sondern... Ich werde in den Streams so ein bisschen gegen euch Puyo Puyo spielen. Wenn ihr Bock habt. Je nachdem. Das wird sich zeigen. Ähm... Ja. Ansonsten... Glaub ich in der nächsten Zeit nichts Großartiges raus. Könnt ihr jetzt noch überlegen, was kommt denn so in der nächsten Zeit an? EPs, Bezardo. Und da sehe ich eher... Eher so ein bisschen Comebacks. Zum einen Mario Kart 8 halt mehr. Dann... Wäre ein Comeback des Mario Makers vielleicht nicht das Allerschlechteste. Vielleicht. Ganz vielleicht. Da bin ich aber noch nicht sicher. Lassen wir auch noch mal die... Pokemännchen tanzen in Sachen Treading Card Game. Bin ich mir nicht sicher. Aber... Werde ich mal schauen. Ich habe das Spiel halt echt lange nicht mehr gespielt. Und muss mal... Muss mal wieder zocken. Und dann mal gucken... Wie das Ganze so... So läuft, ne? Wie gut kann ich da noch... Ey, sag jetzt mal abgehen. Abgehen ist dafür ein großes Wort. Es ist halt... Wie aktuell sind meine Decks noch? Ich habe halt seit tausend Jahren... Keine neuen Karten mehr bekommen. Das ist halt so die Sache. Vielleicht habe ich da... Stehe ich da in absoluten Chancenluster. Deswegen... Das mal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ansonsten würde ich gerne... Das... Was ich auch schon eine längere Zeit angekündigt hatte... Twisted Metal demnächst spielen. Das schiebe ich aber momentan auch so ein bisschen auf die lange Bahn. Grund ist das Kranksein. Ich kann ja doch echt noch nicht sagen, wie lange ich noch krank bin. Denn ich werde... Ich werde aktuell noch nicht mehr behandelt. Deswegen... Ich werde erst... Wir warten noch auf... Test-Ergebnisse. Und dann habe ich Donnerstag nämlich wieder einen Termin beim Facharzt. Und vorher tut sich hier halt... Absolut gar nichts. Das ist nämlich so die Sache. Deswegen kann ich halt auch echt noch nicht sagen... Wie schnell es mir... Wieder besser geht. Das ist... Ist ein bisschen schwierig. Weil er sagte, je nachdem, was wir dann machen... Je nachdem, wie... Stark die Sache gerade ist... Aber jetzt ist es das auch nicht mal. Und das ist was anderes. Und dann müssen wir erst auch rausfinden, was... Mich da tatsächlich... So nervt. Im Magen. Dann... Ja, dann... Das ist halt noch schwieriger. Also wenn es... Relativ stark ist... Werde ich ein relativ starkes Medikament bekommen. Also ein sehr starkes. Und dann sollte es mir auch... Sehr schnell wieder besser gehen. Das ist so das Ding. Bei der anderen Sache... Wenn es nur leicht ist... Dann kann sich das ein bisschen länger ziehen. Es ist verrückt, oder? Da muss man beinahe schon hoffen, dass es schlimmer ist. Damit es schneller weg ist. Das ist doch kacke. Ach ja. Leicht hast du es nicht. Sieht man ja auch gerade, wie schwer ich es habe. Dritter Platz. Sieht erstmal gut aus auf dem Papier. Aber ist nichts wert. Ist rein gar nichts wert. Liebe Freunde. Das soll es aber von dem Part gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen informiert. So gut, wie man halt nach sowas informiert sein kann. Und ab dem nächsten Part haben wir dann vielleicht wahrscheinlich auch einen Kumpel dabei. Und dann ein Thema. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.